Stefan Mertesacker ist ein Fußballtrainer und Funktionär. In der Zweitligasaison 1994-95 übernahm er als Nachfolger von Rolf Schafstall vom 31. Oktober bis 6. November 1994 für sieben Tage das Amt des Cheftrainers bei Hannover 96. Stefan Mertesacker stand zu diesem Zeitpunkt noch als Trainer beim unterklassigen TSV Pattinson unter Vertrag, so dass er von Hannover 96 als Interimstrainer für ein Spiel ausgeliehen wurde. Hannover war zu diesem Zeitpunkt Drittletzter der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Obwohl das Team mit dem Saisonziel einen Tabellenplatz im oberen Drittel mit Kontakt zu den Aufstiegsrängen zu erreichen und mit elf neuen Spielern, vornehmlich Ersatzspieler diverser Erstligisten in die Saison gestartet war. Parallel zum sportlichen Misserfolg gab es heftige Turbulenzen in der Vereinsführung. Unter der Leitung Mertesackers erreichte Hannover 96 im heimischen Niedersachsenstadion ein 1 zu 1 gegen den Aufsteiger FSV CK. Nach dem Spiel präsentierte Hannover 96 Peter Neururer als neuen Cheftrainer. Am 21. Februar 2008 wurde auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden von Hannover 96 Martin Kind und mit Zustimmung des Aufsichtsrates Stefan Mertesacker in den Vorstand des Hannover 96 berufen. Dort ist er seit 1995 Vereinsmitglied und seit Oktober 2000 Leiter der Fußball-Amateurabteilung. Sein Sohn ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017